Die runden Blauen zum Essen, aber nicht mit den quadratischen Weißen. Die Weißen mit den runden Gelben, nicht mit den trapezförmigen Grünen. Teilen Sie die Grünen in Drittel mit einem winzigen Meißel. Benutzen Sie einen Mörser und Stößel, zermahlen Sie sie zu feinem Puder. Mein Arzt, die Psychopharmaka und ich, eine Minascharton. Zuloft und Paxil und Muspar und Zernix. Malpoa, Trieb und Triebzoll wie dem Prozac. Goodman Diana, bipolare Depression mit gelegentlichen Wahnvorstellungen. Jemand hat Geburtstag. Wer hat Geburtstag? Mein Bruder. Du hast doch einen Bruder? Ah, danke, Doktor. Valium ist meine Lieblingsfarbe. Woher wussten Sie das? Alles wird gut, alles wird gut. Ja, alles wird gut. Die Familie kommt zusammen glücklich, wie man das so tut. Wir essen und wir machen viel. Bei uns ist immer schön. Alles wird gut, alles wird gut. Alles wird gut, alles wird gut. Gutmann Diana, dritte Einstellung nach fünf Wochen. Sie gibt an, weiterhin leichte Angstzustände und anhaltende Depressionen zu haben. Mir fehlen die Berge, mir fehlt der Höhenwahn. Alles wird gut, wir sehen. Gutmann Diana, sieben Wochen. Ich stehe völlig neben mir. Ich meine, ich spüre gar nichts mehr. Hm. Patientin, stabil. Wohin soll das füllen? Was heißt das Blut für Sie? Ich weiß, ich muss ihr helfen. Weiß verdammt nicht wie. Jedes Mal, wenn man mir sagt, was ihre Krankheit macht, bleibt jeder Diagnose nur Verdacht. Wir bewahren, wir zu zweit, in der Not und im Leid. Doch könnte schlimmer nicht mehr sein. Und die Schleichende nur ist meins mit Sie. Sie nimmt viel im Kauf und ich geb jetzt nicht auf. Denn ich war niemals allein. Ich könnte nie alleine sein.